Mein Name ist Hesko Levento, meine Eltern, meine Gänne, der Vater geheißen Schneersalmen, die Mutter geheißen Sero. In Rastow-Don ist vorhanden der Rebbe dort, die Rebbe sind in Stadl geworden, liegt da von der Rebbe. Diese Menschen kommen zu vorn, von um mit um, von der Rebbe, zum Rebbe. Bei uns kommen eine Sache Menschen zu uns in der Stube, also wir sind auf der Obstanzach, und sie wollen gehen auf uns zur Rebbe. Und sie wollen gehen auf die Maschmiede und noch eine Sache, die wir dort von der Kutuaisfläche kommen, zum Rebbe. Und bei uns sind sie eingestanden, einer, 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 einer der Zeder nachmen, von der Schabbes, gehen zu Schalashoedes, von der Nehmen, am Menschen. Und sie wollen vier und der Schalashoedes, von der Schalashoedes. Und sie wollen vier und nischu. Zimkasteire, flögt er, gehen tanzen mit den Kindern, flögt er rum in den Garteln, zu den Garteln oder der umhängigen Fruchten. Tanzen die, flögt die Kinder, abreißen die Fruchten. Zu, 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 zu. Im Stuhl ist mir sein gewesen, sechs Kinder. Ich bin gewesen, der Ältere. Sie gewesen, Schalumber, Riefke, Malke, Hanemuske und Schmuh. Mein Bruder der kleinere, hat er, hat er, hat er gedacht, mit ihm lernen. Und, die Mama hat einen, hat er gefunden, eine Pöle schon in deserter, eine Pöle schon in Germann. Was habe ich gewohnt, vom Pölem? Er soll keinen lernen mit meinem, mit meinem ingeren Bruder. Und, dass sie Jedeß sie gewohnt. Aber ich weiß nicht genau, mit dem, was er zu Sachen enemies gewohnt. Es kann sein, dass sie verkauft auf ein Glas, sie verkauft Sachen auf dem Markt, auf dem Glas. Von Zucker gemacht, auf solche Sachen. Das, was ich gedenke. Und später, sie kommt, die Stadt hat nur gefragt, warum komme ich nicht in die Schule? Dramatischen Kind noben sind zwei Jahre. Zwei Jahre – ich war mit der Schule. Wir konnten das Kannte und die Häuser mit dem Maasen darauf achten, was wir tun müssen. Oder was wir nicht in der Schule tun? Daher haben wir ihn zu Hause gemacht und da gehen. Wir hatten viel mehr auf der Stelle noch. Wir waren auf der Plätze und haben sehr gerne zum Train. Die Train war eine Leningrad. Er wird sich in Moskau abstimmen, sonst nicht in Rögen, weil es kommt nach dem Lokomotiv, wird er aufpicken und er bringt ihn hinzu. Ich bin nach acht Jahren, wenn ich bin weggegangen von Stube. Sieben, acht Jahre. Allein hier. Die Rögen sind von Bosn gefahren, drei Töten. Die Rögen sind von drei Tagen geformt. Die Rögen sind von Moskau und die anderen sind zugeschöpft. Die Rögen sind von Jankiv. Er war früher von uns. Wo er war, war ein Zimmer, ein Durchgangszimmer. Das ist zwischen einem Zimmer und dem anderen Zimmer. Er stand im Bett mitten, in der Hohwe. Ich habe nicht gekannt, ich komme da hinzu. Er hat mich nicht reingelassen. Er hat sich gestanden und hat durchgeguckt, wer kommt da rein, wer kommt da raus. Und ich habe nicht gekannt, da reingehen, normal. Und ich habe nicht gesagt, dass ich nur noch ein Zug ist. Und ich habe eine Klappe mit der Wand. Das heißt, ich habe nicht geregelt. Das ist ein Rögen. Wenn ich nicht mehr sein kann, wenn ich nicht mehr sein kann, dann habe ich einen Zimmer. Dann habe ich vier, fünf Zimmer. Und ich habe gedacht, das heißt, das ist ein Zimmer. Das ist die Kirche gewöhnt. In, 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 in ein Zimmer. Und sie gewöhnt. Vier, fünf Schenium. Der Väter hat gearbeitet. Bei den, bei Primmussen. Das ist, das ist, Primmus hat sich auch nicht, umwärmen, also umwärmende Messen. Er hat gearbeitet, mit Joske Motschkin, mit ihm zusammen. Später hat er gearbeitet, gearbeitet mit ihm jetzt eine Knitting. Bei Knitting, warum drehen sich, vielleicht, haben wir uns helfen. Dort, wo sie watschen, die, watschen, die Maschine, was, was das ist. Und also, es ist gewöhnt, 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 wenn jemand kommt, ich habe nicht gewöhnt, ich habe nicht gewöhnt, ich habe nicht gewöhnt, es ist gewöhnt, Wir haben uns zugeschrieben zum Haus. Wir haben uns zugeschrieben. Wir haben uns mit Papier geschnitten. Die Tante Miro, sie hat gearbeitet, Spuren machen, auf dem Podium gearbeitet. Das Podium hat sie auf einem versicherten Zimmer. Das Zimmer war in einem großen Apartment. Sie kamen in ein Haus. Sie hat gedacht, wenn er geht, sie kommt rein zu sich ins Zimmer. Sie hat gedacht, wenn er geht. Ich bin gewöhnt. Recht. Nichts hat kein Recht. Der Tante, ich nicht. Und der Bruder gewöhnt. Mein Schalom, der Bruder, ich mit uns. Wir haben uns nicht. Wir haben uns verschließen in dem Zimmer, wo sie gearbeitet haben. Bei Nacht, in der Früh, wir haben uns geschlafen. Die Zimmer waren ein hohes Zimmer. Das hat mich dort gemacht, als Second Floor. Und wir haben dort geschlafen. Weil sie haben keine Zimmer. Sie haben dort geschlafen, auf dem zweiten Schlaf. Dort haben wir die Toilette gebracht. nach Dortmund. Und von dort ging der Schuh. Ein bisschen auf die Arbeit nicht. Wir hatten eine Maschine. Ein bisschen auf die Arbeit. Gut, so haben wir gedacht, zu supporten, die Huis in Rastow. Und wir haben mit dem zu supporten. Die Mama darum ging suchen, ein paar Neuse, ein Einstel von Rastow. Sie kamen in Moskow und waren dort. Sie haben dort gesucht, einordentliches. Und jemand war dort, der Vater Madhabear. Das ist der Israeleankes Väter, ein Bruder. Er hat gearbeitet dort in Moskau. Und er hat gearbeitet, berätten. Weißt du, was er berät? Er hat gearbeitet dort. Er hat gearbeitet dort. Er hat gesucht, zu kennen Einordnungser dort. Zu dort, nicht kennt Einordnungser. Ich wollte schicken, Päckler nach Hause. Ich habe Essen, Zucker. Ich habe hier solche Sachen, wo sie vielleicht machen, von den Äpfel, von Dostburg. Sie machen ein paar Wiedler. Eingemacht. Und sie vielleicht das verkaufen auch von Glossi, wie ich sehe dort. Machen ein Päckchen, Schickung von Leningrad, dort hat man nicht gekannt. Ich habe gedacht, vorhin unter 120 Meilen weit von Stott, von dort noch gekannt, wegschicken. Aber ich habe gefahren hinzu, mit dem Päckchen, gemacht ein Päckchen, gefahren hinzu, von dort noch weggeschickt an den Päckchen. Schicken ein Päckchen, wenn ich nicht kann, schicken aber mal in derselben Adress. Es wird alle verschiedene Menschen nehmen, aber ich soll keine schicken hinzu. Ich habe keinem gar nicht gesprochen. Ich habe mit keinem gesprochen. Wie noch weggefahren habe ich nicht gesehen, die Ältere mehr nicht. ich habe noch gewöhnt, ich habe noch gewöhnt, ich habe noch gewöhnt, ich habe noch gewöhnt, bei Ismailiankiv. Später, seit dem Schabes, bei ihm, Freitag zur Nacht, ist angeklappt, er hat einer von den Reisen, hat gewöhnt, und er hat gefragt, ob Ismailiankiv da ist. Und er hat gesagt, er ist da, und sie kommen nach Schulze mit Abix, mit dem Arrestiert. mit dem Arrestiert. Aber er hat mit dem Arrestiert, mit dem Arrestiert. Er hat mich gewöhnt, mit mir zu reden. Und er hat mich gewöhnt, mit dem Arrestiert. was ich da erzählte. Und er hat mich gekommen, geboren, ist gewonnen, ein Hunger. Und ich habe nicht gehabt, kein Papier, habe nicht gehabt, und der Tate, habe ich nicht gehabt, kein Papier. mit dem Arrestiert. Und er hat mich angekommen, zu den Geleiten, was ich vielleicht noch mal, Arrestiert. Tate hat nicht gewollt, Kartler gehen zu, in eine Bäckere, nehmen, Breit. Das hat nicht gewollt, er hat gesehen, Zizifräne Jüdische, das hat nicht gewollt, nur sehen, so haben wir mehrere etwa, Nägelwasser. Das hat nicht gewollt, nehmen, aber sie. Und da ist er, in Schuh, in Schuh, in Schuh, in Schuh, nicht zu reden. Einfach, wenn er in der Valkyrie, dann hat er vielleicht Lenin, sagt er, ich komme zu Hashem, und er hat gesagt, ein bisschen, zu Durgen Hashem. Und er hat gesagt, die ganze Zeit, er hat jetzt gewollt, also, nicht da, nicht da. Wie viel hat er gekannt, hat er gekannt, ein bisschen, zu einer Zeit, verdienen, was wird gekannt. Es ist ein Haus gebrochen, als er schon geworden ist. Erger in der Lage, hat er mal den Taten arreistiert, aber er hat nicht kein Papier geholfen. Sie haben gewonnen, sehr streng. Und er ging, ohne Papier, hat er verbrechen, als er wäre ein Spion. nach Gremberg, nach Gremberg, nach Gremberg, nach Gremberg. aber Gedenk, hat sie gewollt, als er in die Mischproche soll kommen zu Kures Israel. Als sie, als er nicht gesehen war, Winter, zu einer grüßen Schnee, fliegt neben dem Meersereinwaffen in Schnee, ohne Wegen. und der, was er gewollt hat, soll kommen zu Kures Israel haben sie gebracht in den Schuh. Von den Schuh hat er genommen Trox, und er hat durch die Trox geführt zum Helikonplatz. Die Menschen, sie gewinnen im Winter, es ist kalt, sie hat den Menschen gewonnen, als er sich verfreundet geworden ist, als er gesteckt an ihm. Die Hand einbeigen nicht gekannt, als er sich mit geworfen, die Menschen, also wie Bretter, einer oder dem anderen. Einmal hat er mir gebeten, er soll gehen zur Prawa stein, das heisst, er soll gehen, sehen, wo er führt. Er führt den trockenen überlassen auf den Gas und er wegfohlen, er rüberfohlen. Ich dachte immer zu gucken, er soll kommen und ihn dahin zu bringen, zu Kuras Israel. Ich habe gefroren immer, sie gewinnen sehr der kalte Winter, 50 Grad. Er hat sehr lange wie ich gesessen mit dem Dreiber, das gewinnen waren. Später, es war sehr stark kalt, und wenn der Tate gestorben ist, er war nicht gegangen, er war nicht gewonnen. Menschen haben gewonnen, die Eltern zu Kuras Israel, waren sie gegangen, allein, zum Sehen gebracht, und zurück ist er allein gefallen. Er ist gestorben auf dem Weg. Später, als ich 20 Wochen kam, jemand hat gebrät, nicht gar nichts nicht. Er hat gekratzt, der Wind gegessen, von der Wind, was hat man gehabt, wo hat man es gehabt, der Öl, von was mir peint, hat man das genommen, Zeneff hat man gefunden, Zeneff, hat man gedacht, wait nicht, es ist sehr bitter. Was hat man gekannt, hat man genommen. Ich habe gewonnen, in German, weil wir nehmen auf Shabbos. Die Kinder gewinnen in der Armee. von der Melchome haben sie ausgebrochen von etwas. Aber der Vater hat nicht gewollt, die Kinder sollen sehen mir. Vielleicht will ich nicht sein, wenn die Kinder kommen. Als er ausgebrochen in Main zu leben, zu nicht gewonnen. Kein Chai ist so und da. Die Tante meiner, Mames Schwester, sie hat ein Kind in Rastow, dort nicht gewonnen, ihr Mädchen. Ich habe verloren, einen Bruder und verloren den Taten. kommen in Rastow und angestellt bei Deutschen, heiß, wir sollen nicht kennen. kommen Ich bin dort gekommen hin zu essen. Später hat man in Militär und sie hatten einen Zettel von Leningrad und sie haben einen Privileg gehen ein bisschen. Ich habe gesucht weg, wie San Ruiz von Rastow. Jeder der Deutschen hat drei Tage fahren in Deutsch. Ich habe jemand gesucht in Kutais Papers machen. Ein Freund hat mir gemacht, wenn ich in Mineralien wurde, in Kistelbosk. Dort bin ich gekommen, ich bin allein bei dem Deutschen geblieben. Wie er sieht, bin ich von dort gefordert. Man hat skalat, nicht nachher in Städten. Ich habe getroffen und geleitet, weil sie evakuiert sich von der Stadt gefordert. Sie sind von offenen Tränen. Ich habe getroffen, dort jener Edelkopp. Ich habe noch gehört, dass ich beim Gebet nicht fiel. Ich habe gesehen, dass ich habe gesehen, es alle gefällt. Ich gesehen, es alle gefällt. Ich mehr gehabt. Ich hatte drei Neugier in Taschkent. Alle waren in Taschkent. mit Papieren und Gonesch und Menschen. Ich habe getroffen auf einem Tränen. Ich habe ihm etwas gesagt. Ich habe gesucht jemand mit der Armee in der Armee und war Jankins Bruder. Das ist Israel Wilhelm. Das ist der Armee und sie waren in einem Platz in Derfel. Ich habe geguckt, ich habe gesagt, ich habe gesucht, als wir zu rüskern. Er hat einen paper und geht in die Menschen wie alt er ist. Und die Menschen haben und sie haben nicht haben und mit er mit er zugenommen. Ich habe mir zugegangen. Und als er hat es weiter entstanden, hat mir schon gewöhnt. Als ich habe gearbeitet mit socken und breit oder käfen Plätze von dem Geld was er hat. Und als er später ging bei anderen mit Socken hat Essen gewöhnt die Mariasche. Irwin gewöhnt bei See und gab Socken vor dem Mariasche hat mehr Mariasche Salz gab Socken mit Gefahr und sie behalten die socken sie behalten die socken und sie haben. Sie waren ein German Peretz hat die socken auf einem Platz hat gewöhnt. Sie haben sie mit den Arzt mit nachgegeben und mit geschleppt. Die Leute überlassen und ausdrehen von ihm. Weil er nicht hinter den Menschen später in Stott die Väter in Tashkent in Tashkent er dort gearbeitet was hat er acht auf die Mikve hinter Stott in die Mikve wird ein Schwanger reingefallen und hinter Stott Tashkent er hat und er hat einen Rüst gefunden mit Tränen und er hat ihn getroffen und gefragt wie er hat nicht geantwortet hat nicht geantwortet nur von Tashkent aber egal wenn Tashkent war war aber in Tashkent zugehen zu mir jemand und gesagt er kann lernen lernen der Tater nicht gingen er hat er hat er er hat er hat er hat er hat er hat er hat er er hat die kum einer kreis hat er er hat er nicht hat er nicht er hat er nicht genug ist es er hat hatte er die Mama hat was in KOM-SSR, in Dalen-Vostok, weit. Das macht man auf Hekel und schicken sie. Das war's, das war's, das war's, das war's. Wir kommen ins Amerikaner, aber wir gehen, gehen wir auf Plissken, wir gehen, gehen wir auf Plissken, gehen wir auf Talmater. Das war's, 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 das war's. Absolut. ...